365 Tage, ein ganzes Jahr auf Reisen und am letzten Tag direkt nochmal hier einen anderen YouTuber getroffen, den Phil und seine Reisebegleitung E-Mail. Hi! Und wir sind hier am Kings Park, hier hat man eine richtig geile Aussicht über die Stadt. Allerdings habe ich die Kamera zu spät rausgeholt, es war schon dunkel, ich zeige euch trotzdem mal einen kleinen Ausschnitt. Und die 365 Tage wurden natürlich auch von den anwesenden Australiern gebührend gefeiert. Ah, ich bin wieder im Hostel angekommen. Ich habe gerückt, sorry. Wir haben gerade noch gekocht und saßen dann unten noch zusammen, haben noch was gequatscht mit Annika auch dabei. Und jetzt habe ich noch ein paar Zahlen für euch. Denn 365 Tage, ein ganzes Jahr auf Reisen, alter, das hätte ich nicht gedacht. Der ursprüngliche Plan war ja ein Jahr lang Work and Travel Australien zu machen. Wir hatten uns ein Open Return Ticket gekauft, was genau ein Jahr lang gültig gewesen wäre. Und wenn alles so gelaufen wäre, wie wir das geplant hätten, dann wären wir vor einem Monat nach Thailand geflogen und säßen jetzt schon wieder zu Hause in Deutschland. Allerdings ist dann doch alles anders gekommen als gedacht. Und jetzt, ja, hängen wir hier und machen hoffentlich noch ein zweites Jahr. Und da ich schon öfter von euch die Frage gekriegt habe, was kostet denn Weltreisen, Jan, sagt doch mal ein paar Zahlen und so, hat meine wunderbare Zauberin Frau Annika, die gerade zur Tür reingekommen ist. Hallo Annika, man sieht dich nicht. Wink doch mal zur Feier des Dranners. Annika ist ein Zahlenfreak und hat immer schön brav alles notiert. Richtig cool und ich habe Zahlen für euch. Richtig, richtig viele Zahlen, interessante Zahlen. Und ich hoffe, sie sind informativ und gefallen euch. Ich fange einfach mal an. Wir sind 365 Tage weit auf den Tag genau unterwegs. Gut, dieses Jahr ist Schaltjahr, also sind wir eigentlich nicht wirklich schon ein Jahr unterwegs. Das macht aber auch nichts. Wir haben zwölf Länder bereist. Wir haben in zwei Ländern gelebt. Wir haben elf Zeitzonen durchquert, davon alleine vier in Australien. Wir haben 30 Stempel in unseren Pässen gesammelt. Wir waren an 15 Flughäfen und sind in 64 Stunden 48.052 Kilometer geflogen. Dafür haben wir 5.364 Euro ausgegeben. Wir saßen 98 Stunden im Bus und haben drei Ländergrenzen zu Fuß überquert. Wir waren auf sieben Inseln. Wir haben 97 Tage in einem Van gewohnt. Wir haben 54 Tage in einem Auto gewohnt. Und wir sind mit beiden Gefährten 19.682 Kilometer durch Australien gefahren. Wir haben in 36 verschiedenen Unterkünften gewohnt. Dazu zählen Hotels, Hostels, Einzelzimmer, Mehrbettzimmer. Wir waren in einem eigenen Haus. Wir haben im Wohnwagen gewohnt, im Auto gewohnt, in einem Bungalow gewohnt und sogar in einer Holzhütte direkt über dem Mekong. Richtig cool. Wir haben 25 Nationalparks gesehen. Wir waren dreimal tauchen und haben zwei Schiffswracks gesehen. Und alles in allem haben wir laut unserem Haushaltsbuch 32.219,20 Euro ausgegeben. Diese Zahl, 32.219,20 Euro, würde ich ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn da sind auf jeden Fall Rundungsfehler drin, sowie Umrechnungsfehler durch Währungsumrechnung. Ich schätze, in Wahrheit liegt der Betrag irgendwo unter 30.000, aber das mal nur so als grobe Richtung. Mit diesen 32.000 irgendwas wären das ungefähr 88 Euro pro Tag. Dem gegenüber stehen übrigens 5.500 Euro, über 5.500 Euro, die haben wir nicht so auf den Cent genau, Einnahmen durch Arbeit, den Verkauf unseres kaputten Autos, durch Geschenke von euch, die ihr uns geschenkt habt. Ja, seien das jetzt Geldgeschenke über Spenden oder Sachgeschenke. Ich habe ja zum Beispiel ein Spielmalgeschenk bekommen. Dann sind da Einnahmen durch YouTube mit drin, durch unsere beiden Blogs, sowie die ganzen Affiliate-Links, die in der Beschreibung unten sind. Und soll ich euch was sagen? YouTube, Blogs und Amazon machen in Summe weniger als 7% von diesen 5.500 Euro aus. Jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, wie wenig YouTube eigentlich bringt. Wenn ihr uns nicht immer Geld spenden würdet, glaube ich, hätten wir da überhaupt nichts von. Apropos YouTube, ich habe über 370 Videos produziert. Das ist mehr als ein Video pro Tag, auch wenn nicht immer täglich ein Video kam. Meine Videos habt ihr über 450.000 Mal aufgerufen. Und ihr habt über 1,5 Millionen Minuten damit verbracht, sie zu gucken. Das sind über 3 Jahre, die ihr meine Videos geguckt habt. Das ist so krass. Ja, über 11.600 Menschen haben den Abonnieren-Button gedrückt. Und über 2.800 Menschen fanden uns scheinbar zu langweilig, denn die haben wieder den De-Abonnieren-Knopf gedrückt. Und im Schnitt gucken mittlerweile eigentlich über 1.000 Leute jedes neue Video von mir. Insgesamt habt ihr übrigens schon über 6.700 Kommentare geschrieben. Und ich freue mich immer noch über jeden Einzelnen. So, das war unser Jahr in Zahlen. Morgen kommt unser Jahr in Taten. Da haben wir nämlich auch was ganz Cooles. Wir haben nämlich so eine List mit all den geilen Dingen, die wir in dem letzten Jahr erlebt haben. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Ich hoffe, ihr lasst wie immer ein Däumchen da und schreibt einen Kommentar. Könnt ihr auch mal Phil's Kanal auschecken. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Das Video von vorhin war übrigens ein April-Scherz für alle, die es immer noch nicht gerafft haben, obwohl es tausendmal in den Kommentaren stand. Also Leute, bis dann. Ciao.